So, Willkommen zurück zum Let's Play Left 4 Dead 2 auf der Kampagne Crash Course. Wir sind jetzt zweiter Teil mit den geilen Waffen am Start und ich leg mal los. Festgepackt, geil. Kami, Katze! Was hast du denn die Juff gelagert? Der Checker geht schon mal vor? Ja, ja. Gönn dir. Hi. Servus. Oh, scheiße. Ich würde sagen, wir machen mal einen Speedrun, oder? Dann verrecken wir. Ja. Komm, seid ihr solche Pussis? Dupi, 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 ich bin der kleine Krippel. Ich hab grad fertig gewonnen. Ich hör Hunter. Ich hör Hunter. Ich seh Hunter. Ich seh einen toten Hunter, das gefällt mir. Ich seh einen Smoker, das gefällt mir. Soll ich nehmen Defibrillator mit, falls jemand von euch hinkommen hat, ein Stück? Als ob wir jemals sterben. Oh, Paki, schieß doch nicht immer auf die Karre, ganz ehrlich. Mann, ey, ganz ehrlich, Luca. Warum musst du immer aufs Auto drauf schießen? Sorry, ich wollte uns vor den Charter beschützen, oh mein Gott. Charter. Ich drehe mich hier überall um, welcher Charter. Ich drehe mich hier überall um, welcher Charter. Mann, ich muss dich schon zweimal retten, ey, das ist schon peinlich, alter. Lade nach, Lade nach, Lade nach, Lade nach. Waffen, Lade nach, Waffen, Waffen, Lade nach, Waffen. Ja, da gönnen wir uns nicht die Pillen, die wir abhängig sind. Wer gönnt sich der Pillen, was hab ich gehört? Patti hat sich der Pillen gegönnt. Oh ja, Pillen. Schuh, ich hab Brandmunition, cool. Ja, ich hab Brandmunition. Ja, gut, dass du's überlegst. Das sieht dann teile mal aus. Wo bist du? Wo bist du? Man soll mich so aus. Gibt mal eine Runde Brandmunition. Ey, bitte, sagt nicht, du hast die Brandmunition für Defibrillator gehalten. Doch. Herrgott, 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 Herrgott. Nein, Diffi. Scheiße. Alter, wie hofft. Du bist bei mir. Ja, verwirrt. Ja, verwirrt. Meins, bitte. Meins. Komm. Oh, komm, ich bin zu fett. Ernsthaft. Du bist schwarz. Ich bin ein... Ich bin der Chef, ich bin Armee-Typ. Nein, der Schwarze bin ich immer noch, Armee-Gott. Ich weiß. Ja, Mann. Da hat man die Dächer im Auge und das. Ich hab so die Zombies übersehen. Man will ja keine Zombies am Leben lassen. Wir sind nicht so. Was? Schnauze. Ruhe. Wir spielen hier auf Uncut, ja, und da ist ein... Boah, die. Ich bin nicht auf Uncut, da ist ein Charger, da ist ein Tank, das ist ein Tank. Wir spielen euch, ja, nein, sorry, ich hab mich gar nicht. Genau, schon sperrt mir die Weg, die Weg, verstört mir die Weg. Na ja. Wo ist er denn? Da ist er ja. Geil, ich bin leer. Im besten fast... Also, wir spielen nicht auf Uncut und hier liegt einfach ein Zombie, so durch die Mitte gestritten. Das ist echt eklig. Ach, lol, hab ich gar nicht bemerkt. Cool. Äh, das soll ich lieber nicht im Video zeigen. Oh, obwohl, kurz mal hinschauen. Pass auf, pass auf, pass auf. Was? Er setzte leergeschossen Waffe gegen was? Gegen die SCAR. Ja, gegen die SCAR. Ja, gegen die SCAR. Ja. Ich morse euch. Ist das die Dreischusswaffe, oder? Ja. Ja. Ich weiß, was ist jetzt nichts, aber meine Waffe war ja. Meine auch. Ah, Beckballschläger. Meine auch. Ähm, gib mir... Was? Oh, man wird... Oh, jetzt ist jemand kalt. Ja, setzt doch... Setz doch die scheiß Sprengladung jetzt mal! Oder Feuer! Ja, wollte ich auch. Da wollte ich mich dafür Dings nehmen. Ja, ich hab jetzt am Medicaid. Schnauzekitty. Oh, Mann. Und Mike weiß genau, wie sehr ich solche Leute hasse. Ich weiß es sehr gut. Ich weiß es sehr gut. Zu gut war's schon. Das ist... Danke. Die... Die... Keine Erklärung. Sprengmunition. Gut, dass wir uns wieder aufteilen, das ist echt geil. Stehe ich drauf. Richtig nur das Sorgen. Ihhhhh, 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 ihhhhh. Ah, der lebt auch noch. Lass mich dann zurück. Ja, das ist immer so, so muss es sein. So gehört sich das. So, jetzt fange ich mich vor Schläger. Das wird kritisch. Au, 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 au. Wir müssen mal 2 gegen 2, wenn es wieder geht, müssen wir Ding spielen. Infizierte gegen... Also Kampagne ist wohl. Infizierte, Infizierten. Ich weiß gar nicht, wie der Spielmodus heißt. Versus Moss. Ganz schwer. Er bleibt mal stehen. Okay, bleib doch nicht stehen. Schlechte Idee. Können wir kurz stehen bleiben? Ja, geil. Oh, Leute, ich versuche gerade jemanden zu retten. Oder ne. Rettete. Ach, da war ne Wünschen. Ja, die hat gar nicht stehen. Auch ne, ich auch nicht. Ich hab ja kein... Ernsthaft. So, jetzt bleibst du stehen, Sombrero. Alter, ich versuche dich. Du gibst die Pillen bitte dem... MPC, sonst kann der nicht mehr rennen. Robombe. Wo ist meine Robombe? Wo ist meine Robombe? Fick dich. Wie würde ich sagen? No, sorry, hab die gegeben. Hey, kann man Robomben auch abgeben? Ah, sorry. Okay. Ja, durch den Truckhof, los. Ist der? Wir sollten schnell Francis was finden, weil ich hab keinen Bock mit dem rumzulaufen. Oder wir lassen ihn sterben. Genau, wir lassen unsere einzigste Hoffnung sterben. Gute Idee. Noch so ne gute Idee. Ja, warte, ich geh vor. Oh, halt, 716, die ist laut wie scheiße. Ich hab mit 716. Ey, warte, hier liegen. Wer hat jetzt noch keinen Medikitten? Ah, ich geh schon mal als übrig, nein, das ist natürlich nicht. Mann. Ja, okay. Warum ist es dunkel? Ping, ping, ping. Ah, was müssen wir denn noch mal machen? Ich hab's vergessen. Was müssen wir denn noch mal machen? Ich hab's vergessen. Irgendwas müssen wir doch hier machen. Zum Ziel kommen? Nein. Fair wie beim Sex. Irgendwann mal zum Ziel kommen. Ach, oi. Nee. Manchmal hast du ein Wichen. Ist richtig unnötig. Ja, wie beim Sex einfach mal zum Ende kommen. Oh, Mann. Ja, hopp jetzt. Ach so, wir haben jetzt diesen Generator starten, kann das sein? Ja, wäre ja von Vorteil. Ah, ja. Ich würde reinkommen. Also, ich stehe am dicken Ding. Hilfe, naht, verteidigt euch. Ich stehe am... Scheiße. Oh, war der schlecht. Oh, Mann. Ja, genau, rennen raus, wer da draußen ist. Ja, aber wer hätte mir jemand helfen können? Nein, für dich gibt's keine Hilfe. Au. Ich hab mich gerade selbst umgegangen. Ah, Charge, ich bin tot. Uuuu. Ich lebe noch. Ich bin tot. Ich lebe noch. Oh, bei dir ist einer. Eine. Eine. Eine, eine. Ich bin halb tot. Eine. 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 Oh, shit. Leute. Leute, ich brauche mal eure Hilfe hier. Ihr müsst mich, ich... Komm mal zu mir hoch, ihr müsst mich decken. Leute, hört ihr mich? Hallo? Ja. Kommt mal zu mir, wir verrecken's sonst. Kommt hier hoch, das ist mir sicher. Sicherer. Hier oben, Trich Mom, hier. Ja, da oben sind halt ganz viel Zoll. Wo denn zwei Zombies? Wenn ihr mich decken würdet, könnt ihr mir helfen? Nö. Oh, fuck, ich bin da rein. Ja, Leute, ich kann nur in eine Richtung schießen. Ja, ich bin noch hinter dir und rück dich doch. Ja, wirf's Europa mit so'n Verbündeten. Ist die beste Idee, die du je hattest. Ja, weil Paki war... Alter! Was denn? Geh mal von deinem Ding weg, geh mal von deinem Ding weg, geh mal von deinem Ding weg. Was ist dein Ding? Was hab ich da drunter versteht? Ach, hier ist mir einer. Hm, gleich. Kameel. Hinten ist ein Tank. Sorry. Ach, shit. Oh, kattiert. Hey, hier weg von meinem Ding. Das ist mein Ding. Voll auf, wenn wir mit dem Teil schießen. Das ist mein langes Ding, lass mal den Geräusch. Oh, Paki kann's geträumen, unglaublich. Ich kenne mich immer mit dem langen Ding. Badrums. Oh je. Oh man, jetzt bist du doch pervers. Das ist pervers, ist halt wo? Ich und pervers, jetzt selber Stiefel. Mann, wie WILNY. Ach, da ist das viel. Ii! �. U! Ii! Shit! heißen auch kommt es doch nicht ach du scheiße nicht an ernst Prozent ja wir kacken gerade echt rein ja passiert er also sollte man ein paar leuten hoch ja was denn ich kann da machen wo ist der hunter wo ist der hunter irgendwo da ist der hunter wo bist du jetzt können wir einen imaginären definator mal brauchen Leute der schwarze ist von euch gegangen nein Snicker scheiße auch nö alter jetzt er wir schaffen wieder nicht ich will das jetzt nicht wir schaffen es wieder nicht tja manne machen wir kurz machen wir uns eine schnelle umfrage was machen wir kurz auf leicht kann man nur umfall gestatten ich bin hier gerade ein bisschen beengt ja ich bist nicht bestimmt es wird peinlich das ist ein bisschen auch gekommen ist es jetzt bitte nein 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 ich bin leer ach du scheiße nicht gut ich hoffe es wurde die draußen kürze gut drum gekümmert sage ich mal ich glaube ich sollte rennen ja als sie mir nur zu zweit mein freund zu tun ich höre ein tanker ich höre nicht in der Hand oder war ich nicht immer so ein tanker Ich geh hoch. Ah, ich geh runter. Ich geh runter. Ich geh runter. Eine gute Idee. Ich geh da jetzt hoch. Eins ist kalt. Okay, ich geh wieder runter. Ich geh wieder weg. Kommt man nicht nach einer bestimmten Zeit wieder her? Scheiße, ich bin tot. Wir sollten uns in eine Ecke campen. Ernsthaft. Nein, fuck you. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, was ist denn die Ecke? Wir haben verkackt. Das gibt es doch nicht. Hey, wir haben auch Leichtgear, wenn ich es mal anmerken darf. Ja, wir haben gerade eben umgestellt. Wo ist mein... Kommst du nicht mal kurz drum? Uns fehlt halt der Mike. Ja, nein. Oh, nein. Nein, ich bin tot. Nicht dein Ernst. Nein, nein. Ich bin tot. Ich kann nichts machen, Alter. Ja, Alter. Wie viel kommt denn da noch? Ich bin zu Nutzen, du. Kümmer dich drum, kümmer dich drum. Ja, gut. Ich bin halb tot. Ich bin dunkelgrau. Scheiße. Ich bin leer. Draußen hat's von Muni. Draußen hat's von Muni. Das Problem ist, wir müssen nochmal einen Tank machen, wahrscheinlich. Nein, nein. Warte. Hier oben. Hier oben. Was? Hier oben. Bei mir. Ich bin tot. Leute. Hadi, wievielte Minute? 14, ey. Ich rette mich. Ich rette mich. Boomer. Ah, nee. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Da ist ein Charger irgendwo. Ich schlag mich jetzt hier durch. Geht mir aus dem Weg. Geht mir aus dem Weg. Ich hab mich so lange gehalten, ey. Das gibt's doch nicht. Na ja, ich muss leider schon. Ja, wir lassen's, glaub ich mal. Ja. Das war jetzt nur ne kurze Folge. Letzte war mit Überlänge. Obwohl ich die Waffe richtig geil finde, ey. Aki? Das könnte dich interessieren. Komm, ihr bringt Fenzen rum. Soll ich's sagen? Ja, komm. Also, ich mich. Dann, ciao. Ja, also. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.